Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Hunter Classic diesmal, denn wir haben noch das Schafnachzone schon seit einer Woche draußen oder seit zwei, ich weiß es gar nicht, schon halb Ewigkeit, ich habe es schon mal im Stream gejagt und heute wollen wir das nochmal in der Aufnahme machen, denn das wollen wir natürlich nicht euch vorenthalten, ja, dieses geile Schaf, was hier rumrennt in White Rhyme Ridge, jetzt, nämlich das Dalschaf, das Dalschaf ist quasi sowas wie das Ding, was in, ne, hier, heißt Timmergold Trails, Timmergold Trails, da gibt es auch so ein Schaf, ähm, wie heißt das denn nochmal, Dekon Schaf, ist das Dekon Schaf, ich weiß es nicht, komme ich gerade nicht drauf, ähm, aber wir wollen jetzt erstmal das Schaf erlegen und unter Teil dazu beitragen, die 1000 Tiere zu erlegen, denn aktuell läuft ein Event, ähm, da ist 1000 Tiere von der Community erlegt, 1000 sage ich, eine Million, eine Million Tiere sollen erlegt werden von der Community und, ähm, dann wird Doc seinen geheimen Schreibtisch lüften, da liegt eben hier ein Bild von wahrscheinlich einem neuen Feature, ich habe es mir gar nicht so genau durchgelesen, ähm, aber auf dem Bild, also ich tippe mal, es wird demnächst ein Trophäenraum geben, Freunde, ist das geil oder ist das geil? Ja, also Trophäenraum fände ich schon sehr, sehr cool, ähm, ist noch so ein bisschen verdeckt, das Bild, aber man erkennt schon so den Podest und so ein paar Vitrinen oder sowas in der Art, also ich tippe mal, dass das, ähm, definitiv irgendwie sowas werden wird, Richtung, ähm, Trophäenraum dann tatsächlich, also könnte schon, ähm, spannend werden, ah, guck mal, ihr seht jetzt auch, dass, äh, Tim sein Paket bekommen hat, also, ähm, ähm, die Call of the Wild T-Shirts aus dem 24h-Stunden-Stream sind jetzt, äh, wohl auch schon eins zumindest angekommen, ob die anderen schon angekommen sind, weiß ich nicht, aber ich habe es alle gleichzeitig losgeschickt, also werden sie wohl auch in den nächsten Tagen reinflattern, sehr schön, aber eben gerade Samstag, ja, bis das Video kommt, ist wahrscheinlich Montag, heißt, dann sind vielleicht auch schon die anderen alle da, das ist doch, äh, gut, aber wir müssen erstmal tatsächlich jetzt zu den Bergen da hinten, die wir da sehen, und da mal versuchen, die Schafe zu finden, da habe ich zumindest das letzte Mal die Schafe gefunden, heißt hier vor, wird erstmal, so, nichts passieren, ähm, natürlich sind auch die anderen Tiere vorhanden, dann habe ich auch meine Waffen dabei, ich hoffe, ja, die 308, hier musst du dir mal durchladen, jetzt nicht bei Classic, wo du einfach losstartest, äh, wie bei Call of the Wild, hier musst du einfach erstmal die Waffen durchladen, die 4570 haben wir natürlich auch dabei, falls uns hier so ein Bison begegnet, und dann sind wir gut ausgerüstet, würde ich sagen, ich glaube, das geht so mit der Cam, mal eben gucken, GPS, doch, wird nicht verdeckt, ähm, denn bei Call of the Wild, da meckert ihr immer, dass sie zu mittig ist, hier habe ich sie jetzt ganz an den Rand gesetzt, hier geht das mit dem GPS, hier verdeckt das nicht, das ist schon mal gut, so, aber ich würde sagen, ähm, ich werde jetzt erstmal mich auf die Socken machen, Richtung Berge, denn vorher wird wahrscheinlich kein Schaf hier auftauchen, und wir sehen uns dann gleich wieder, sobald wir eins gefunden haben, so, das erste, was uns tatsächlich begegnet, ist ein Sickerhirsch, der irgendwo da vorne rumrennt, heißt, ich müsste mal meinen Caller hier suchen, da ist er, und dann versuchen wir den mal jetzt tatsächlich anzulocken, wie geht denn die Steuerung, da ist er in Hocken, schon ewig nicht gespielt, dann kannst du die Steuerung schon mal vergessen, ne, und ich markiere mal kurz, ne, markiere ich mich nicht, keine Ahnung, wo der war, irgendwo da so, warte, irgendwo da auf dem Hang, also müsste der, da oben gleich runterkommen, was ich hier wirklich jetzt vermisse, wo man es so gewohnt ist, ist die Windanzeige, hier gibt es halt diesen, äh, Rauch, den man versprühen kann, den ich natürlich noch nie benutzt habe, ja, aber das, äh, ist so ein Feature, was ich jetzt tatsächlich hier, vermisse, wenn man das von Consulate gewohnt ist, aber ich habe auch glaube ich gar keinen Großneutralisierer dabei, ja, der ist mal wieder leer, äh, und ich habe ihn, selbstverständlich hier nicht aufgefüllt, ja, gut, äh, vorgearbeitet wieder, aber für die Schafe wird das schon passen, die werden wir wahrscheinlich sowieso, eher auf die, äh, lange Distanz sehen, ich glaube, den werden wir nicht so nah kommen, zumindest ist er bei den Bergen relativ offen, und da sollte man die schon aus, einiger Distanz, ähm, erblicken können, aber wir müssen wahrscheinlich erst den Call bekommen, weil die schon relativ schwer zu entdecken sind, die sind halt weiß, und das ist im Schnee immer ein bisschen, problematisch, sag ich mal, die kannst du schon mal leicht, übersehen, so, gehen wir mal gucken, was der hier sagt, ob wir den auch übersehen, warte mal, ich check die Höhenlinien nicht, das sieht ein bisschen aus wie so ein Meteoritengrader, aber ist das, sind ja überhaupt Höhenlinien, also diese Wellen, da sind wahrscheinlich keine Höhenlinien, aber das, sieht halt komisch aus, Gucken wir mal, ich gehe einfach mal in die Richtung, wenn man den nicht findet, ist ja auch nicht so dramatisch, wir wollen eh die Schafe finden, aber ich habe gedacht, kommen wir hier zum Einstieg, können wir es denn hier schon mal eben mitnehmen, nur dazu müsste er sich auch, ähm, ein bisschen einsichtig zeigen, ja, und uns Dinge fallen tun und sich blicken lassen, das wäre von Vorteil, müssen wir also mal versuchen, den hier rauszulocken, da vorne ist er, da vorne ist er, da habe ich meinen Tobi nicht aktiviert, weil ich nicht weiß, wie man das bei Classic einstellt, ich kriege diesen Freelook-Modus da nicht raus, Leute, läuft der weg, nee, läuft zu uns, ne, wo ist denn Luft erhalten hier bei dem Spiel, Leertaste? Boah! Alter, der wackelt aber ganz schön hier, ne? Aber ich glaube, er ist tot, weil wir jetzt die 3 08 genommen haben, ja, eigentlich war er drauf gesammelt, dann liegt auch der, gute, Hirsch hier, ach nee, warte mal, falsch, das so, boah, das ist auf jeden Fall ein Unterschied, ne? Hier zu schießen, ohne hinzulegen, ist nicht so easy, ich habe ja meinen Stock auch eigentlich dabei, meinen Zielstock, könnte ich vielleicht auch benutzen, es gibt auch neue Pistole, ähm, die gute alt Colt, 10mm allerdings, ich weiß nicht, gibt es 10mm Pistolen? Ich hätte es jetzt als ne, 9mm, 9mm gewertet, ähm, war etwas überraschend, ich habe 10mm gelesen, habe das schon letztmal im Twitch-Chat gesagt, dass das eine 10mm-Waffe wäre, also 10mm sagt mir ehrlich gesagt gar nichts, die meisten Pistolen ISO-Kennen haben halt 9mm, also entweder ist es ein Tippfehler, oh mei, warum sollte man einen Tippfehler machen mit zwei Ziffern, macht gar keinen Sinn, vielleicht hat es wirklich 10mm, ich weiß es nicht, aber gibt es auf jeden Fall, ich habe es mir aber nicht gekauft, weil die kostet 500 irgendwas, glaube ich, äh, 500 Dollar, und dafür werde ich die einfach nicht benutzen, deshalb, ähm, kriegt er die leider nicht zu sehen, aber hoffentlich gleich die Schafe, hier ist erstmal unser, geiler Hirsch, und, ähm, man kann jetzt hier auch endlich mal, die Trophy-Shots, die Viecher fallen nicht mehr runter, heißt nicht, dass ich das jetzt besser hinbekommen, weil ich das ordentlich hier fast kriege, aber, jetzt kann man auch hier schön die Kamera wieder bewegen, das haben sie auf jeden Fall sehr gut gemacht, dass man jetzt hier endlich mal, halbwegs gescheite Trophy-Shots hinkriegen kann, ich mag es von dem Hirsch, kein gescheiten, weil wir die endlich brauchen, wenn dann nämlich gleich hier einen von dem Schaf natürlich, wobei ich die wahrscheinlich für das Thumbnet auch nicht brauchen werde, weil ich einfach ein Foto vom Schaf nehmen werde, aber trotzdem kann man jetzt die Trophy-Shots wesentlich besser handeln, als das vorher immer der Fall war, also da hat sich schon gut was getan, und jetzt wahrscheinlich dann auch dem ESPN Trophy-Room spekuliere ich mal, ja, ich weiß es nicht, zum Zeitpunkt der Aufnahme sind gerade 450.000 Tiere oder so geschossen worden, das heißt, das Foto ist nur ein bisschen verdeckt, wie gesagt, man sieht ein Podest oder sowas in der Art und einen Raum, und ich entabriere das einfach mal als Trophy-Room, wenn da keiner kommt, dann steinigt mich, aber ich call das jetzt einfach mal. So, jetzt gehen wir erstmal weiter Richtung Berg, ich sprühe da jetzt hin, weil da dauert nur so zu lange, aber ich habe da kein Feld drin hier stehen, und alle Schaf, die ich jetzt gefunden habe, waren am Berg, und ich habe auch die Ranglisten durchgeguckt, das ist ein guter Anlasspunkt, das habe ich nicht gemacht, als ich den Livestream tatsächlich gespielt habe, da habe ich einfach geguckt, wo die geschossen wurden, und bin dann auch da hingegangen, immer, wenn man neue Tiere sucht, die rausgekommen sind, und ich weiß, wo genau die sich aufhalten, einfach so 5-10 Tiere angucken in der Rangliste, auf die Map gucken, wo die geschossen wurden, das wird eben angezeigt, und dann hat man schon guten ersten Indikator, wo man denn hin muss, wo man suchen muss, und da gehen wir gleich hin, aber guck mal, vielleicht kriegen wir noch einen zweiten Hirsch hier, wo war der, da unten irgendwo, müsste man sogar gleich vielleicht sogar schon sehen, das sieht da hier, schon so aus, als wenn das jetzt hier gleich abgeht, und wir gleich in das Tal runter gucken können, ach, wenn der Bob nicht davor wäre, der ist wahrscheinlich genau unter den grünen Zweigen da, hinter den grünen Tannen, wie ich die schon wieder kenn, sind die wieder gut versteckt, oder, da unten steht er glaube ich, da links, ihr seht jetzt nicht, wo da ist, weil ich die Tobi nicht aktiviert habe, aber ich sehe, wo da ist, und da ist ungefähr da unten, da zieht er, jetzt war genau hinter dem Busch wieder, aber da, haben wir kurz den Kopf gesehen, ich glaube, da ist noch einer, der hat sich weiter von rechts angelegt, vor allem jetzt auch das Ohr von dem anderen wieder, egal, ich werde einfach den ersten schießen, den ich sehe, ne, ist auch egal, ob das jetzt ein Weibchen ist, oder ein Männchen, da sehen wir aber nur den, Kopf immer so ein bisschen, rausragen, wo ist denn die Senke da zu Ende, wahrscheinlich erst relativ weit oben, hinter den Tannen wahrscheinlich erst, hört überhaupt da auf, nicht dass er das die ganze Zeit hinter der Kuppe da zieht, und wir haben gar keine Chance, den zu bekommen, ach, guck mal, da unten ziehen auch ganz viele, da ist einer, und da ist einer, sollen wir dann den einfach nehmen, treffe ich den, treffe ich, und auch der ist tot, und hier kann man den uns ja zum Glück markieren, so, den gehen wir jetzt eben flott einsammeln, und dann gehen wir aber wirklich weiter zu den Schafen, auch wenn jetzt hier noch ein paar Hirsche sind, die wir vielleicht sogar noch erlegen könnten, aber ich flitze mal eben kurz hin, und da gehen wir uns die neuen Schäfchen angucken, die übrigens auch ein Fell haben, sieht wirklich wieder schick aus, also für Classic-Verhältnisse, sagen wir, man muss jetzt immer vorsichtig sein, wenn man jetzt quasi aus dem Wald gewohnt ist, wo die Tiere halt alle wirklich ein wunderschönes Fell haben, und das ist wirklich, mit der neuen Engine natürlich viel, viel besser realisierbar ist als hier, aber so scharfe sind trotzdem super schick aus, werden wir dann gleich hoffentlich auch sehen, wenn wir eins finden, aber er gebe ich nicht auf, also, kannst du einfach eine lange Session werden, die ich hier aufnehmen muss, oder wir finden direkt eins, das wird sich dann zeigen, eins von beiden wird der Fall sein, wir werden auf jeden Fall eins sehen, für euch, wird es halt gleich lang, ob ich eins finde oder nicht, auf Anhieb, aber für mich, wird es vielleicht eine kleine Tortur werden, aber ich bin optimistisch, im Livestream habe ich auch direkt zwei Stücke gefunden, direkt am Anfang der Berge, von daher werde ich es gleich einfach auch so versuchen, und beten, so, da haben wir schon den Hirsch hier, und da brauchen wir uns kein Trophy-Shot von, und ich flitz einfach mal weiter Richtung Berge, und wir sehen uns dann da wieder, so, da haben wir also den ersten Call bekommen, von einem Schaf, das irgendwo direkt vor uns steht anscheinend, was heißt direkt, hat nur ein paar Meter vermute ich mal, aber wir müssen jetzt da ran, guck mal, ich habe sogar einen Punkt markiert, wo wir hin müssen, und genau daneben Call ist, Wahnsinn, Wahnsinn, jetzt willst du das nur noch finden, das Ding hat keine Caller, wir müssen es also, jetzt irgendwie versuchen zu spotten, vor allem mit dem Revolver, Tja, Schaf, wo bist du wohl? Ich versuche mal hier rechts auf den Hang zu kommen, ich weiß nicht, wie weit ich da hochkomme, aber ich hoffe, dass ich von da oben einen besseren Überblick habe, über die ganze Lage hier, über das ganze Tal, und hoffe, dass ich dann von da oben das Schaf sehe, wie gesagt, ist halt schwer zu entdecken, und das ist wahrscheinlich noch ein bisschen weiter weg, aber so weit ist es doch nicht mehr weg, geht eigentlich, das müsste eigentlich da vorne in einem Loch drin stehen, wahrscheinlich geht es deshalb nicht, aber vom Hang oben haben wir vielleicht bessere Karten, wenn die Bäume nicht im wenig sind, die müssen halt außen rum sein, aber kriegen wir schon hin, kriegen wir schon auf die Kette, ach, jetzt hat es noch ein blicker Fels in deinem Weg, na gut, wir haben keine andere Wahl, dann müssen wir uns jetzt hier versuchen, hochzuarbeiten, und dann den Blick drauf zu kriegen, ja, guck, es steht immer noch da, ne, das ist Dalschaf, ich stehe mal unterhalb von unserem markierten Punkt, ich denke, wenn ich da oben, doch, doch, das müsste ich ja nicht sehen, das müsste ich sehen, auch wenn der Wicke Fels in deinem Weg steht, aber, ich hoffe, das geht halbwegs, warte mal, da müsste der zur Gleisheit irgendwo sein, oder, was davon ist denn genau das Loch, das müsste doch, eigentlich bei dem Felsen da vorne sein, oder nicht, also, ich würde so schätzen, irgendwo da müsste es stehen, aber, da vorne ist es, guck an, zwischen den Tannen steht es also, heißt, jetzt sehe ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr, ne, kriegen wir dann Schuss hin, aber natürlich genau richtig stehen, und hat einen Schuss sitzen, ich hoffe auch, einen, äh, tödlichen, ich kann mir, ich kenne mal kurz die Stelle, wo war das denn da, gute Frage, ne, gute Frage, nächste Frage, keine Ahnung, das müsste, das müsste ungefähr da gewesen sein, ja, passt ungefähr auch von dem, von dem, äh, von dem Call her, die Richtung, also, gehen wir mal nachschauen, und dann haben wir unser erstes Schaf, hier, passenderweise, erwischt, war also direkt hier, auch wieder am Eingang zum Berg, können wir kurz zum Map gucken, hier habe ich mir halt die Stelle schon markiert, damit wir hier halt reingehen können, und hier treffen wir meistens schon erste Schafe, so auch diesmal, also gehen wir jetzt da gucken, ob wir den, tödlich getroffen haben, ich weiß gar nicht, ob es ein Widder war, oder ob es, ein weibliches Stück war, hat die so die großen Schnecken gehabt, glaube ich, ne, sah eigentlich so kapital aus, vielleicht ein kleinerer Widder, wir werden es sehen, wenn wir da sind, und das Tier gefunden haben, das ist noch die andere Aufgabe, aber man muss auch sagen, also wenn man hier rein muss, das ist schon nicht so leicht, glaube ich, die Schafe zu sehen, also ich habe immer das Glück gehabt, dass ich die hier am Anfang direkt hat, oder auf dem Hang hier schon, aber wenn du da halt rein musst, in das Tal hier, also in dem Tal selber, glaube ich, hast du fast gar keine Chance, da irgendwie nah ranzukommen, außerdem hältst du dich halt wirklich an dem Hang da, oder an dem anderen Hang, sonst wird das halt ziemlich baumig, und wenig Sichtweise hast du da, So, wir müssen aber gleich am Anschluss sein, was ist denn hier, das ist doch schon mal die Fährte, ne, das ist schon mal die Fährte von dem, heißt, die bräuchte ich mir jetzt eigentlich nur noch verfolgen, bis wir im Anschluss sind, müsste aber schon da vorne sein, oder, hm, schauen wir mal, das ist doch auf jeden Fall ein Schaf, und das hier auch, und hier ist der Anschluss, oh, der sieht aber nicht gut aus, der sieht nicht gut aus, wir sehen das ähnlich, was wir getroffen haben, heißt, wir können ihn nur, äh, verfolgen und beten, dass er umgefallen ist, aber da sind mit der 308, soll das schon passen, auch mit dem Körpertreffer, hm, aber wo ist er hingeflohen, das ist die Frage, ne, zum Glück ist es schattig, im Schatten sieht man die, Fährten besser, ich sehe hier gar keine Fährte, aber davon liegt er, glaube ich, aber da waren die drei, weil die Pistole, äh, weil auf Classic ist, ach, auf God of the Wild ist halt immer da, davon liegt er tatsächlich, und das sind die Fährten von dem, kann ich ein bisschen skillen, hier muss ich die am aufnehmen, weil ich hier, schön, meine Fährtenlaser-Skills, äh, raushau, hier bringt er ja noch was, das ist auch die Fluchtpferde, oder, auch die ziehende, keine Ahnung, wo der die Fluchtpferde hinterlassen hat, da wahrscheinlich, hm, dann ist wahrscheinlich, in der Tannen, die auch eine gewesen, aber, tot umgefallen ist da, heißt, wir haben unser Dalschaf, tatsächlich gefunden und erlegt, dann können wir uns dann direkt mal hier, zur Gemüte führen, das gute Schaf, dann sehen wir auch jetzt mal, ob es hier, ein männliches, oder ein weibliches ist, ähm, angucken können wir uns gleich, mit dem Toffee-Shot, oder, das ist glaube ich geiler, heißt, ich sammle es auf, und ist tatsächlich ein, WIDA gewesen, mit einer 95er-Wertung, also nicht, der allergrößte, ja, muss man auch mal sagen, aber, man kann nicht alles haben, WIDA ist WIDA, und dann nehmen wir den doch auch, und dann gucken wir uns den hier mal an, also hier haben wir das Fell, das haben ja die, neuen Tiere, quasi alle, na, also, ist schon ein schicke Wonderscharf, natürlich kein Vergleich zu, äh, Corset Wild, aber, für Classic, auf jeden Fall ein, schönes Tier, und, eine neue, Begleicherung, für Wide Realm Ridge, wo ist die jetzt, gibt es jetzt die sieben Arten, Eisbär, Dallschaf, Hase, Fuchs, Elch, Sicker, einfach Eisbär, Schaf, Fuchs, Hase, Sicker, Elch, Wieser, sieben, glaube ich, ist das das einzige Revier mit sieben, oder gibt es in den anderen auch noch mehr, ich weiß gar nicht, ich dachte mir, die haben so im Schnitt alle so sechs Arten, aber, gut, haben wir hier unser Dallschaf, erwischt, das ist ein gutes Stück, und jetzt weiß ich nicht, wie lange ich hier aufnehme, aber hier, ähm, vergessen auf die Schoppe zu stellen, und mein OBS sind da durchgehend, weil ich hab da zwischendurch, äh, quasi gecuttet, hab ich schon so ein OBS gewöhnt, dass unten immer die Zeit mitläuft, ich stehe jetzt bei 35, aber 35 ist natürlich nicht meine, vollgelehrung gewesen, weil ich ja da zwischendurch noch hier, hingerannt bin erstmal, heißt also, ich würde es da noch ein bisschen nutzen, um da vorne auf die Kuppe hochzunehmen, vielleicht filmen wir da auch irgendwas, im, äh, im Spähmodus, ins Tal reingehen, werde ich selber nicht, das ist mir, zu unübersichtlich, mit dem ganzen Baum, also gehen wir hier hoch, und gucken nochmal kurz runter, ob wir da vielleicht noch ein Schaf sehen, was da vorne lang zieht, das müssten wir aber eigentlich sehen, warte mal, die, ist genau am Ende der Dings da, das müssten wir eigentlich sehen, das müsste irgendwo da sein, oder nicht, ja, sogar noch ein Stück weiter vorne, ne, ist da mal den, der zweite hier irgendwo in der Nähe da, ist das hinter dem Baum, oder was, also das Kohl müsste da irgendwo sein, an dem Dings, ja, guck mal, ich habe es mir fast genau markiert, ja, aber jetzt kann ich halt hier nicht auf den Hang hoch, weil hier die Bäume im Weg sind, das ist halt, das Problem, aber ich glaube, ich sehe es da vorne, da vorne, man, die Hörner sieht man immer sogar gut, ne, die Hörner sieht man echt mal gut, der ist gar nicht mal so klein, glaube ich, also was ist nicht klein, aber, besser als der vorher, und der wird auch nicht weit kommen, den haben wir gut getroffen, dafür kommt er immer noch weit, ach, wie weit rennt der denn, wie weit rennt der denn, aber den Anschluss sehen wir, der ist nämlich da, heißt, da gehen wir jetzt mal hin, und dann haben wir doch noch das zweite Schaf gefunden, auch, wenn ich eigentlich nichts zahlen wollte, aber wenn das das Schaf da anlockt, ja, dann gehöre ich mir dem Schaf natürlich, und folgen dem rein ins Tal, und hoffen, dass das auch so schnell umfällt, wie das andere, das ist ja auch Schafe hatten, ne, ja, also, an den Schafen ist echt gut, was los, muss man sagen, zumindest immer, weil ich hier, weil ich weiß noch nicht so oft hier, muss man natürlich auch erwähnen, aber, also wenn du hier warst, hast du immer welche gefunden, das ist deutlich besser, glaube ich, als in, Timmergold-Trails, wo du schon für die Schafe, teilweise sehr viel da rumgerannt bist, bis du meins gesehen hast, aber hier war auch schon wieder eine ganze Herde unterwegs, ja, ganz viele Schafe hier, also, bis jetzt immer sehr viel Glück gehabt, wenn ich hier angekommen bin, und da hinten rennt sogar noch eins, das ist aber, ein weibliches Stück, weiblich, weiblich, na gut, die lassen wir jetzt mal, ich werde jetzt noch versuchen, hier meinen, meinen Widder zu finden, der hoffentlich da irgendwo in dem Bischen liegt, und dann soll es auch gut sein, da haben wir genug Schafe gesehen, die wir dann hoffentlich auch bald im Trophäenraum begutachten können, das wäre nice, das wäre richtig nice, so, auch wieder so ein schlechter Schuss, ne, obwohl ich hier voll vorne eingeschossen habe, hätte auch ruhig mal umfallen können, auch mal in Level 2 direkt, zack, ich meine, finden wir von dem hier die, Schweißfährte, ist das hier der rechte oder die linke, ich tippe mal auf die linke, die rechte ist wahrscheinlich die, wo er hergekommen ist, ist jetzt auf uns zugelaufen, flüchtend, ja, das ist auf jeden Fall, dann wohl eher die richtige, und hier ist dann glaube ich, einmal rechts abgebogen irgendwann, ja, ich glaube, und da hinten liegt er auch, da hinten liegt er, ich sehe ihn schon, also, ohne die Hörner, ne, die wäre da echt, glaube ich, sehr schwer zu sehen, aber die Hörner verraten den dann halt doch, das heißt, bei den weiblichen da zum Beispiel, war das schon noch ein bisschen schwieriger, um den zu finden, da kommt schon wieder nächstes, also wirklich scharfer hier ohne Ende, aber die Widder mit den starken Schnecken, erkennt man sehr gut, auch im weißen Schnee, und was es noch ein bisschen leichter macht, ist halt, wenn du hier morgens lang gehst, dass glaube ich, hier der Schatten noch ist, wenn die Sonne hier voll durchballert, wie da hinten zum Beispiel, schon auf dem Hang, oder da auf dem Gegenüber liegen heran, so im Blenden weiß, ist es glaube ich, noch mal deutlich schwieriger, die Tiere tatsächlich zu erkennen, als jetzt hier in den Schattenbereichen, das muss man auch sagen, also hier in dem Tal hier, früh morgens, wo die Sonne noch nicht reinballert, ist es glaube ich, noch mal eine ganze Ecke, leichter das Tier auszumachen, und zu erkennen, so, 146er machen wir von dem anderen Trophy Shot, wo einer so schön, Kapital ist, wahrscheinlich ist es nicht mein Kapital, aber was soll's, so, haben auch von dem ein Foto gemacht, und damit würde ich sagen, können wir die Folge auf jeden Fall beenden, sollte jetzt lange genug sein, schätze ich mal so, wahrscheinlich schon zu lang, weil ich mich total verplant habe, aber was soll's, wir haben auf jeden Fall zwei Schafe gesehen, die neue Tier hat also mal kurz erkundet, und dann warten wir gespannt auf das große Geheimnis, was bald gelüftet wird, ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, bis dann macht's gut, haut rein, und auf Wiedersehen.